Warum gerade in diesem Jahr die Teilnahme? Freddy ist neu, wir haben es neu positioniert. Wir haben auch ein neues Produkt. Ich sage immer, wir sind aus Casinotheater kinder Sozi heute. Das probieren wir auch im Theater zu sein. Wir wollen für alle da sein. Wir wollen das Kulturleben vor der Bühne ins Restaurant bringen. Ich habe das Gefühl, das kannst du nicht zwei Jahre nach dem du umgebaut hast machen. Das musst du eher frisch versuchen zu machen, wenn die Positionierung voll umlaufen ist. Da brauchen wir auch die Publicity. Darum haben wir gesagt, jetzt wollen wir es machen und versuchen Gas zu geben. Und es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, das sieht so aus.